Mittlerweile reicht ein Raspberry Pi einem Platin-Computer schon aus, um Bilder mit sogenannter künstlicher Intelligenz nach eigenen Vorstellungen generieren zu können. Wie das mit freier und quelloffener Software funktioniert, das zeige ich dir in diesem Video. Noch vor wenigen Monaten habe ich euch Stable Diffusion vorgestellt. Um damit Bilder zu generieren, reicht ein Spielecomputer, der eine dedizierte Grafikkarte mit mindestens 4 GB an Speicher hat. Das ist also schon etwas, was man privat nutzen konnte, ohne jetzt irgendwie ein riesiges Rechenzentrum zu haben wie OpenAI. Doch OnExtreme hat nun Stable Diffusion auf die ARM-Architektur vom Raspberry Pi portiert und den Speicherbedarf deutlich gesenkt. Es ist sogar nicht bloß auf den normalen Raspberry Pi ausgelegt, sondern sogar für den 02 mit nur 512 MB Arbeitsspeicher. Das heißt, mal eben Faktor 8, weniger an Arbeitsspeicherbedarf, das ist schon großartig! Empfehlen würde ich dir trotzdem ein Raspberry Pi 5 am besten mit aktiver Kühlung, damit er sich nicht drosselt. Theoretisch kann man auch ältere Modelle nehmen, aber dort wird alles deutlich langsamer, sowohl das Installieren als auch nachher das Generieren der Bilder. In jedem Falle brauchst du viel freien Speicherplatz für die Modelle. Ich nutze hier STXL Turbo Unet. Allein das belegt schon ca. 18 GB. Deine Speicherkarte, wenn du einen nutzt, sollte also mindestens 32 GB groß sein, um noch weitere Modelle zu testen, besser mehr. Die Installation, mit der wir gleich loslegen, besteht aus insgesamt drei Komponenten. XN-NPEG ist eine von Google entwickelte Bibliothek, die grundlegende Funktionen für Frameworks aus dem Bereich Maschinenesslernen bietet. Sie soll deren Leistung verbessern, indem sie Optimierungen vornimmt. Da sie neben x86 auch ARM und sogar RISC-V unterstützt, ist sie eine gute Grundlage für den Raspberry Pi. An Xtreme hatte ich eben schon erwähnt, dort hat man es mithilfe von XN-NPEG geschafft, Stable Diffusion auf den Pi zu portieren und eben derart zu optimieren, dass es mit deutlich weniger Arbeitsspeicher läuft. Stable Diffusion nutzt Deep Learning, um aus euren Texten, die ihr dort eingibt, ein Bild zu generieren. Wenn euch das näher interessiert, schaut euch meinen Beitrag an, wo ich auch zeige, wie man das zum einen installiert und aber auch mit einer grafischen Web-Oberfläche nutzen kann. Zu guter Letzt fehlt noch das Modell, mit der notwendigen Datenbasis, um Bilder zu generieren. Ich habe hier stxl-turbo-unet genommen. On Xtreme unterstützt aber auch andere Modelle, nämlich Stable Diffusion 1.5 und Stable Diffusion XL 1.0. Damit ihr das möglichst einfach installieren könnt, habe ich euch ein Skript gemacht, das findet ihr im Portalartikel auf ulabs.de. Der Link ist in der Beschreibung. Das kopiert ihr euch einfach raus, geht auf euren Raspberry Pi, nehmt ein Text-Hitor eurer Wahl, ich zum Beispiel nehme jetzt Wim, und legt mir hier ein Skript an, on Xtreme install sh, das könnt ihr frei benennen. Da fügen wir das ein, was ich im Portal verlinkt habe, dieses Skript hier, gucken wir es uns mal kurz an. Da der hier einige Sachen runterladen und kompilieren muss, brauchen wir ein Arbeitsverzeichnis, wo das alles geschieht. Da habe ich jetzt mal Home, ulabs, on Xtreme genommen, das könnt ihr anpassen, der wird hier angelegt. Anschließend guckt ihr, welche Abhängigkeiten brauchen wir, einmal CMake zum das Ganze bauen, da kommen wir gleich dazu. Und für die ganzen Modelle haben wir teilweise sehr große Dateien, die gibt es für Git in einem extra Modul, Git LFS, Large File System, damit der mit solchen großen Repositories umgehen kann, da prüft er hier, ob wir das haben, und wenn nicht, wird es installiert. Es geht los mit XNNPack, da holt er sich hier den aktuellsten Quellcode, geht aber auf einen bestimmten Stand zurück, der eben kompatibel ist. Anschließend wird das Ganze hier gebaut, das dauert ein paar Minuten. Jetzt folgt das Sprachmodell von HuggingFace, lädt er das runter, das ist der mit Abstand größte Download, da muss er nichts kompilieren, bloß das Ganze eben über dieses LFS-Modul für große Dateien in Git herunterladen. Schlussendlich on Xtreme selber, das wird hier auch geklont, dann haben wir den Quellcode, bauen daraus die Benet-Datei, und dann sind wir auch schon fertig. Das könnt ihr jetzt abspeichern, einmal mit chmod plus X ausführbar machen, und dann anschließend hier das Skript einfach ausführen. Jetzt wird das nacheinander alles durchgeführt, das könnt ihr hier offen lassen und etwas anderes machen, sobald er dann mit allem durch ist, dann könnt ihr mit dem Generieren von Bildern beginnen. Je nachdem, was für einen Pi ihr habt, wie schnell der ist, und vor allem auch, wie schnell eure Internetanbindung ist, wird das hier einige Stunden dauern. Ich habe das Ganze hier schon mal vorbereitet. Wenn der soweit durch ist mit dem Skript und keine Fehler aufgetreten sind, dann geht ihr her und exportiert euch auf der Konsole erstmal diese Base-Tier-Variable als Basisverzeichnis, damit wir die jetzt verwenden können, wenn wir uns Bilder generieren lassen. Ihr seht, in dem Arbeitsverzeichnis, da haben wir jetzt drei Unterordner für jede drei Komponenten, die wir da gerade eben heruntergeladen haben. Wir gehen jetzt hier drin, einmal in, also in dem Fall Base-Tier davor, wenn ihr noch nicht drin seid, dann onExtreme, Source und Bild. Da gibt es nämlich jetzt eine Binärdatei sdd, die wir ausführen können, um uns Bilder zu generieren. Hier zum Aufruf übergeben wir dem jetzt verschiedene Parameter, einmal, dass das zum Beispiel auf dem Raspberry Pi läuft, die Art des Modells und natürlich der Pfad dahin. Am interessantesten ist hier der Prompt, das ist nämlich eure Zeichenkette, die ihr hier auf dem Bild generieren möchtet, weil wir jetzt hier einfach mal so ein Beispiel übernommen, das könnt ihr frei wählen. Das selbst gucken wir gleich noch an und Output, wo soll das Ganze hinspeichern, also die Grafik, die ihr da generiert. Da habe ich noch davor genommen, zum Messen, wie lange das dauert, das kann man jetzt ausführen und nun hat er eben hier diesen Prompt, der wird jetzt analysiert und das Bild anschließend generiert. Der Raspberry Pi, der muss da teilweise ganz schön schwitzen, bei dem Schritt hier ist er fast komplett ausgelastet, daher wie gesagt der Tipp, der sollte auf jeden Fall eine Kühlung haben, damit er sich hier nicht drosselt und eben dabei sehr heiß wird. Die Generierung ist nun abgeschlossen, nach guten vier Minuten, so lange hat es hier auf einem Raspberry Pi 5 gedauert. In dem Ordner liegt nun eine Datei, astronaut.png, die wurde hier generiert, 772 KB. Die dürfte wohl ähnlich wie dieses Bild hier aussehen, vielleicht ein bisschen abgewandelt, Seitenverkehrt, Spiegelverkehrt, das dürfte aber im Grunde so das Motiv sein, das man bei dem Prompt erwarten kann. Sieht schon ganz ordentlich aus, finde ich, gerade wenn man so ein bisschen hinzoomt, dann merkt man aber schon sehr deutlich, dass es nicht so detailliert, sondern eher so ein bisschen, ja nicht verschwommen, es wirkt eher wie so eine Ölzeichnung, wo man eben nicht so detailliert gearbeitet hat. Deswegen möchte ich euch zwei wichtige Parameter an die Hand geben, wer damit jetzt rumexperimentieren möchte. Zum einen habt ihr hier schon gesehen, ich habe ein Parameter minus minus Steps 1 angegeben. Künstliche Bilder werden auf den mehreren Schritten generiert. Der Generationsprozess auf Basis von dem Textprompt, also in dem Beispiel war das hier der in Anführungsstrichen, der wird mehrfach wiederholt und die Ergebnisse von diesen Wiederholungen, die ergeben zusammen das fertige Bild. Als Faustformel kann man sagen, je mehr Schichten, umso mehr Details und auch umso hochwertiger wird das Bild, das dabei generiert wird. Teilweise verändert sich das Bild, weil zum Beispiel Details hinzugefügt oder auch verlagert werden, aber es wird sich wohl nicht komplett um 180 Grad drehen. Mit einem Schritt geht es relativ schnell, die Bilder sehen aber alle so ein bisschen nach Ölzeichnung aus, also nicht so detailliert, wie ihr gerade eben gesehen habt. Bei meinen Tests hat sich ab drei Schritten die Qualität und Detailtiefe deutlich sichtbar erhöht. Hier sieht man es auch im Vergleich mal mit einem Motiv, wo ich dann gesagt habe, ich generiere das einmal mit einem Schritt, in zwei Schritten und in drei Schritten, da ist schon eine deutliche Veränderung sichtbar. Man kann das nicht unendlich steigern, da mit jedem Aufruf mehr Infos ins Bild kommen, wirkt es irgendwann übersättigt. Das ist vor allem bei echten Darstellungen der Fall, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte mir ein Foto generieren, das muss nicht zwingend schlecht sein, es gibt Anwendungsfälle, da ist genau das erwünscht oder es ist nicht so problematisch, zum Beispiel in Richtung Comic-Stil, da habe ich hier mal ein Beispiel, wenn ihr da höher geht, da wird es einfach bloß kräftiger, die Farben haben eine höhere Sättigung, das sieht durchaus gut aus, wenn man das so haben möchte. Als Faustformel würde ich so einen Bereich von 3 bis 6 als sinnvoll sehen, aber es kommt eben aufs Motiv drauf an. Ich habe auch schon welche generiert, wo noch mehr Schichten gut ausgesehen haben, daher ist das bloß so eine grobe Richtung und man kann das nicht so komplett pauschalisieren. Gerade wenn ihr jetzt hier ein bisschen rumspielt und sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel mal schauen, wie sieht das in drei Schritten aus, habt ihr das Problem, da generiert ihr ein anderes Bild. Das heißt, man kann das nicht mehr so direkt vergleichen, deswegen gibt es hier die Seeds. Mit minus minus Seed kann ich hier einen Zahlenwert angeben. Mit dieser Nummer soll es möglich sein, zumindest einigermaßen reproduzierbar Bilder zu generieren. Wenn ihr die nämlich nicht angibt, dann tut er selber eine neue Zufallsnummer generieren und die Bilder sehen anders aus. Welche Nummer man hier übergibt, das ist egal. Wichtig ist nur, dass wenn ihr zum Beispiel gucken wollt, was jetzt der Unterschied zwischen Steps 3 und Steps 1 ist, dass die Nummer in beiden Schritten gleich ist. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt gucken, wie sieht das mit drei Steps aus, dann übergebe ich dem hier die Nummer, genere das mit Steps 3 und mache anschließend das Gleiche. Also ich würde das jetzt ausführen. Plus, als nächsten Schritt, dann jetzt hier nochmal gucken, ich lasse den Seed gleich, mache zum Beispiel Steps 1, ändere den Ausgabedateiname und habe das dann so vergleichbar. Zum Experimentieren ist das alles doch ein bisschen mühsam, deswegen habe ich mir hier auch ein Skript geschrieben, das das Ganze hier vereinfacht. Und zwar geht der Herr, in diesem Verzeichnis legt er die Bilder ab. Das ist unser Basisverzeichnis vom anderen Skript eben, also wo das Ganze installiert ist. Und jetzt kann ich hier verschiedene Prompts angeben, von denen ich Bilder generiert haben möchte und sage hier oben, wie viele Schritte soll der gehen, also bis 8 in dem Fall. Nun geht der Herr, hat hier ein Benennungsschema, wo im Dateiname immer die Anzahl der Schritte angegeben ist und jedes Bild bekommt eine eindeutige ID, die fortlaufend ist, also Bild 1, 2, 3 und so weiter. So kann man das hier schön automatisieren. Und der geht eben jetzt nämlich her und tut hier für jeden Prompt ein Bild generieren mit der Anzahl an Schritten, also hier in dem Fall 1 bis 8, wie ich es hier eingestellt habe, legt das hier mit dem Namensschema an und generiert auch ein Seed für jedes Bild, damit man eben vergleichen kann, wie sieht das dadurch anders aus. Auch das findet ihr zum Kopieren im Portalartikel auf uLabs.de. Damit man das auch bequem angucken und vergleichen kann, habe ich mir hier ein Apache installiert mit PHP, da habe ich auch schon mal einen Beitrag zu gemacht und mir hier in www.html.index.php ein kleines Skript erstellt, das diese Bilder in diesem Ordner, den wir gerade gesehen haben als Ziel, ausliest und hier schön darstellt, damit man die angucken und vergleichen kann. Das Ganze sieht dann so aus, ich habe hier alle Bilder einmal in so einer kleinen Ansicht, wo man die dann angucken kann. Das sind einige, wie ihr seht, ich habe da ein bisschen rumprobiert, was funktioniert, was nicht so funktioniert. Sie sind verlinkt, da kann man draufklicken, dann sieht man sie einmal in groß. Gerade für die Vergleiche mit den Schritten habe ich mir hier ganz am Ende nochmal eine Ansicht eingebaut, wo eben jedes Bild, also hier die ID von dem Bild, immer zusammen gruppiert ist und er mir hier drunter anzeigt, wie viele Schritte sind das. Das heißt, hier kann man jetzt mal gucken, wie sieht dieses Schiffsmotiv mit einem Schritt, mit zwei, mit drei aus. Da sieht man schon, die Details sind da deutlich anders. Das gleiche hier unten bei den anderen, gerade bei dem zum Beispiel sieht man es ganz schön, wie das hier ganz als Ölzeichnung anfängt. Der Schwert, das ist hier irgendwie ein bisschen kaputt. Das bleibt auch weiterhin kaputt, auch wenn mehr Details hinzukommen. Und dann ab vier Schritten ist das Schwert komplett intakt und das sieht deutlich besser aus. Ich finde, man sieht hier ziemlich eindrucksvoll, wie sich die künstliche Intelligenz, die in Wahrheit zwar eher maschinelles Lernen ist, in einem rasanten Tempo weiterentwickelt. Anfang 2024 sind wir schon so weit, dass ein Raspberry Pi für deutlich unter 100 Euro in wenigen Minuten beeindruckende Bilder generieren kann. Und zwar nicht bloß über einen Aufruf von einer API eines proprietären Drittanbieter Cloud-Dienst, sondern dank quelloffener Software völlig kostenlos, ohne Einschränkungen, alles lokal. Es wird spannend bleiben, wie sich diese Branche in den nächsten Jahren entwickelt. Ich hoffe, du fandest das auch interessant. Falls ja, findest du hier noch weitere Videos rund um Raspberry Pi, IT-Technik und auch die Auswirkungen auf die Gesellschaft von diesen Themen. Wie beeindruckt bist du von OnXtreme? Schreib's gerne auf ULips.de oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.